Hallo liebe Trader-Kollegen, ihr seid und hört hier die Markteinschätzung für den DAX für Mittwoch, den 29.01. Mein Name ist Jürgen alias Gorilla Trader, ich bin privater Trade und Investor. So wie gestern schon erwähnt, als Bulle sollte man noch nicht die Flinte ins Korn werfen, das wurde heute eindrucksvoll bestätigt. Der DAX ist von der Öffnung im Bereich von 12.300, einmal schnell 120 Punkte, 130 Punkte in die Tiefe gerauscht und hat dann hier einen Reversal zur Oberseite hingemacht von ca. 160 Punkte. Also im Markt ist sehr viel Volatilität und wir schauen zuerst einmal jetzt den DAX Xetra an, eine Kerze ein Tag. Und da sehen wir, wie die Kerze aussieht, eine schöne Hammerkerze, von der man jetzt eventuell ausgehen kann, wenn man hier die letzten sieht, Bullischen Reversals auf die Oberseite. Dann könnte hier jetzt doch wieder die nächsten Tage ein Aufwärtstrend, mal zumindest eine Bewegung zur Oberseite hin, entstehen. Man darf sich hier nicht von den Nachrichten ein bisschen ins Boxhorn treiben lassen. Das Coronavirus treibt sein Unwesen. Da hat man so die Stimmung, ja das könnte doch eventuell tiefer gehen in den Märkten. Aber dem ist aktuell nicht so. Wie gesagt, der DAX hat hier eine doch eindrucksvolle Kerze hingezaubert, hat hier den Schlusskurs oberhalb der 38er MA gemacht. Auch das ist positiv zu deuten und hat noch einmal im CCI auf Tagesbasis ein mega bärisches Signal zur Unterseite hin abgewendet. Wir gehen hier rein, noch in den 1-Stunden-Chart etc. Eine Kerze, eine Stunde. Auch hier ist jetzt momentan noch Potenzial vorhanden, bis in den Bereich 13.371. Dort kommt der nächste Widerstand. Das ist auch auf Stundenbasis die 38er sowie die 200er Stundenlinie. Was hier negativ zu deuten ist, ist, dass die 38er die 200er Stundenlinie nach unten schon gekreuzt hat. Das ist ein Short-Signal, aber das muss natürlich gepaart sein mit anderen Signalen, um hier doch weiterhin Short-Positionen aufbauen zu können. Aber, wie gesagt, momentan muss man vorsichtig sein, sowohl als auch, vor allem auch mit den Short-Positionen, dass man sich hier doch nicht ein bisschen vertut. Weil, wir haben aus dieser Seitwärtsbewegung die Tendenz zur Oberseite hin, ein höheres Hoch, ein höheres Tief, hier wieder ein höheres Hoch, ein höheres Tief. Und die Bewegung kann ohne weiteres, ohne wenn und aber, trotz dieser Nachrichtenlage, weiter zur Oberseite hin gehen. Man hat den Eindruck, ja, jetzt hat er lang genug hier oben rumgearbeitet, der Tagsitz muss er doch einmal richtig fallen. Auch ich unterliege dieser Verleitung, dass der Tagsitz einmal 5% nach unten geht oder 10%. Aber, das kann doch alles ganz anders ausgehen, wie man es dann letztendlich denkt. Wir sind hier an dieses 61er Fibonacci hingelaufen, aus dieser Aufwärtsbewegung, das schauen wir uns nachher noch ein bisschen genauer an. Weil, hier besteht wirklich definitiv Potenzial, dass der Tags bis in den Bereich 13.456 hochlaufen könnte. Und das ist die nächste Schlüsselstelle, wo es sich dann entscheiden muss, wenn er denn bis hierher kommen sollte. Wir gehen hier rein in den Lang- und Schwarz-Indikationen, das ist meine Arbeitsindikation. Und hier eine Stunde, eine Kerze. Für den heutigen Handelstag war ja angedacht, das hier ist ein sehr wichtiger Unterstützungsbereich, also aus gestrigen Sicht noch für heute. Weil wir hier in dieser Verlängerung das 161er Projektionsziel haben, weil wir von diesem Tief zu diesem Hoch das Korrekturlevel haben, das 61er Fibonacci. Und letztendlich hat sich hier der DAX stabilisiert. Er ist mit der Eröffnung heute bei diesen 12.300 in den Markt eingetreten, hat er dann rund 120, 130 Punkte zur Unterseite hin abgegeben. Da hat man schon den Eindruck gehabt, so, jetzt ist dieses Tagestief vom Vortag gebrochen worden. Und jetzt rutscht er doch, Pustekuchen, dem war nicht so. Hier wurde dann eindrucksvoll der DAX nach oben gekauft, also da musste man manchmal ein bisschen ungläubig hinschauen. Und hat hier letztendlich bis in der Spitze ca. 160 Punkte aus dem Tief gemacht. Wie geht es weiter mit dem DAX? Für den morgigen Handelstag, rein aus Xetra, kerzentechnisch, hätte er auf der Oberseite ein morgiges Ziel bei 13.366. Und wenn er hier drüber geht, über diese 13.366, hat er ein weiteres Ziel zur Oberseite hin. Und das würde hier liegen bei 13.439. Ein Stückchen weiter oben haben wir auch noch dieses GAP, wo man schließen könnte. Das wäre der Bereich 13.492, aber für den morgigen Handelstag wäre für mich jetzt einmal hier so dieser Fahrplan. Und jeder dieser Bereiche kann dann letztendlich auch wiederum ein Umkehrsignal bedeuten und den DAX noch einmal in tiefere Gefilde treiben. So wäre mein Fahrweg für morgen, wenn wir uns hier oben weiter behaupten können, oberhalb dieses Tageshochs von heute bei der Eröffnung, das liegt hier bei 13.291. Unterhalb dieses Bereichs kann es dann sehr schnell gehen zur Unterseite hin. Und da wäre dann auf der Unterseite der Bereich 13.185, wo wir doch rutschen könnten. Man muss aber auch ganz klar sein, hier in diesem Bereich bei 13.107 ist eine massive Unterstützung. Da kommt ein Trendkanal von unten und wenn dieser Trendkanal bricht, dann geht es einige Etagen tiefer. Aber solange wir hier oben drin sind, muss man jetzt definitiv damit rechnen und auch kalkulieren, dass wir einfach diese Aufwärtsbewegung noch einmal zur Oberseite hin weiter fortsetzen können, solange wir hier nicht unter diesem Bereich von 12.952 bis 12.890 hochlaufen könnten. Ich fasse hier mal zusammen. Mein favorisiertes Szenario für morgen ist, also das, was ich favorisiere, dass wir uns hier noch ein Stückchen höher bewegen könnten. Die Wahrscheinlichkeit ist latent vorhanden. 13.366 bis maximal 13.428, vielleicht auch noch 13.440, diesen Bereich. Und dann hier muss man Ausschau halten, ob hier Umkehrsignale kommen, um hier dann zur Unterseite hin handeln zu können. Aber das ist dann wieder morgen Abend im Video. Da sehen wir dann, wie der DAX hier letztendlich sich bewegt hat. In diesem Sinne wünsche ich euch für den Morgenhandelstag alles Gute und was momentan ganz wichtig ist, viel Gesundheit, dass das Coronavirus nicht über euch kommt. In diesem Sinne, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.